Das ist nun wirklich ein Mythos. Er spricht philosophische Fragen und Erwartungen an, die kein Mensch erfüllen kann. KI-Systeme sind in einem belastbaren Sinne ja überhaupt nicht intelligent. Intelligent, wie ein Mensch sein kann. Ich halte diesen Mythos sogar für gefährlich, denn er weckt Erwartungen bei Politikern, bei den Geldgebern, die Wissenschaftler nicht befriedigen können. Wenn dann die Enttäuschung einsetzt, die gar nicht zu vermeiden ist, dann fällt vieles zusammen und vieles wird diskreditiert, was an der ganzen KI-Entwicklung gut war, belastbar ist, zu sinnvollen Ergebnissen geführt hat. Wissenschaft hat schon immer Mythen bekämpft. Diesen Mythos sollte sie auf jeden Fall bekämpfen.